Nachdem die Zivilisation im Jahre 2555 durch eine atomare Katastrophe zusammengebrochen ist, droht die Rückkehr der radioaktiven Superwolke auch die letzten Reste der Menschheit in Strahlungszombies zu verwandeln. Die letzte Hoffnung ruht auf Renat, einem Mann, der durch die Zeit reisen kann. Er begibt sich in die Vergangenheit, um die junge Alice zu finden, deren Vater gerade jenes Kraftwerk baut, das für die Apokalypse verantwortlich sein wird. Auf seiner Reise wird er aber von Jägern der Zeitwächterbrigade verfolgt, die jede Änderung des Zeitlaufs verhindern wollen. Vor uns liegen haben wir das Mediaboker von Cape Light Pictures zu Visitor from the Future. Direkt daneben haben wir die Seacard, die gucken wir uns einmal genauer an, haben oben den Hinweis, dass es sich um eine 4K Ultra HD plus Blu-ray Mediabook Edition handelt. Der Film hat dann auf der 4K-Scheibe noch HDR10 mit an Bord. Drehen wir das Ganze einmal um, haben wir auf der Rückseite zum einen natürlich eine Inhaltsangabe, sowie ein paar Szenenfotos. Außerdem den Hinweis, dass als Bonus eine Making-of Featured, oder besser gesagt mehrere davon, vorhanden sind. Außerdem ist hier ein Trailer noch mit am Start. Und hier unten haben wir dann die technischen Spezifikationen der 4K-Scheibe. Eine DTS HD Master Audio 5.1 Tonspur auf Deutsch und auf Französisch. Das Ganze ist auch eine französische Produktion aus dem Jahre 2022. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann noch die technischen Daten der Blu-ray Disc. Machen wir das Ganze einmal auf. Haben wir hier wieder das Portfolio von Cape Light Pictures, das Mediabook-Regal. Und auf der anderen Seite haben wir noch den Hinweis, Alienoid, ist jetzt erhältlich. Über den Film habe ich auch schon ausführlich berichtet. Falls euch das interessiert, dann guckt auf meinem Kanal. Dort findet ihr dann ein Mediabook-Unboxing und auch eine Filmrezension dazu. Und der passt auch thematisch natürlich ganz gut zu diesem Science-Fiction-Streifen. Science-Fiction-Komödie kann man sagen. Visitor from the Future. Schauen wir uns die Vorderseite einmal an. Und da sehen wir ein richtig tolles farbenfrohes Motiv. Gefällt mir sehr gut. Die Farben kommen ganz gut rüber, obwohl das Ganze matt gehalten ist. Glänzend wird es natürlich noch brillanter aussehen. Ich persönlich bin aber ein Fan von matten Mediabooks. Das wisst ihr. Und bei Steelbox verhält es sich genau andersrum. Schade ist es, dass wir hier so keine Veredelung haben. So eine Glanzfolie mit drauf auf dem Titel. Das hätte sich natürlich hier noch schön mit abgehoben. Aber ich denke, da kann man schon ganz zufrieden sein hier mit diesem Front-Motiv. Dann gucken wir uns den Spine an. Wie immer schlicht gehalten. Dafür aber sehr schön laserlich. Passt auch zu den anderen Veröffentlichungen im Regal von Cape Light Pictures ganz gut. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal ein tolles persönliches Charakter-Motiv hier drauf. Und auch das passt von den Farben wirklich wunderbar. Und auch die Druckqualität ist absolut scharf. Kann sich definitiv sehen lassen. Hier die Vorder- und auch Rückseite dieses Mediabooks. Dann schlagen wir das Ganze einmal auf. Haben hier eben die 4K-Scheibe drin. Die übernimmt dieses tolle Motiv auch hier vorne. Das schaut gut aus. Ich kann es mal rausnehmen. Dann seht ihr das. Also das passt auf jeden Fall. Und von der Qualität her ist das Ganze hier wieder reingetackert. Schön sauber. Ohne Risse oder sonstiges. Auch sonst ist die Mediabook-Qualität von Cape Light Pictures richtig gut hier. Ihr seht es. Man kann kaum irgendwas bewegen. Nicht so labbrig wie manch andere Mediabooks. Und preis-leistungstechnisch hier mit 30 Euro für ein 4K Ultra HD plus Blu-ray-Mediabook. Ich glaube, da kann man nicht großartig meckern. Gucken wir uns mal das Booklet einmal genauer an. Dann haben wir hier ein Interview, das wieder in Kooperation mit Deadline geführt wurde. Und dann hier eben auch abgedruckt wurde. Und hier haben wir den Regisseur im Gespräch. Da wird eben zuerst der Anfang seines Films geklärt, wie es dazu kam. Und wir erfahren, dass eben der Regisseur hier zwischen 2009 und 2014 eine Web-Serie produziert hatte und da auch Regie geführt hatte. Und diese war recht erfolgreich. Und auf dieser Serie hier, schönes Motiv, über zwei Seiten basiert dann auch der Film Visitor from the Future. Natürlich gab es dann einige große Herausforderungen, die es zu meistern galt. Und es werden hier auch noch ein paar Vorbilder genannt, von denen der Regisseur Fan ist. Star Trek wird hier immer wieder genannt oder Doctor Who auch. Schön aufgeteilt ist das Media Book hier auch. Und wie man sehen kann, hier auch noch mit den Klebestreifen mal drauf, mal ein bisschen anders auch gestaltet. Dann immer wieder auch ein bisschen ein paar Bilder mit so einem extra Rahmen hier, die eingefügt wurden. Sieht so ein bisschen aus, als wäre das eine ganze Collage eben aus einem Fotobuch heraus, wo man das Ganze nochmal Revue passieren lässt. Und das ist natürlich auch cool. Dann gibt es hier noch ein paar Szenen und der ikonische Eiffelturm, der natürlich hier mit eingebunden wurde. Es gibt ja auch ein paar Elemente, die man hier als Wiedererkennungswert benutzt hat in Frankreich. Dann haben wir hier nochmal eine Doppelseite, die uns das Ausmaß dieser atomaren Katastrophe nochmal zeigt. Das Bild der 4K-Scheibe kann sich auf jeden Fall sehen lassen, wenn ihr euch das Ganze anguckt. Auch wenn der Film natürlich absichtlich auf Trash gemacht wurde, das ist natürlich auch klar. Aber die Special Effects, die sind ganz solide in dem Film und können sich durchaus sehen lassen. Haben wir besser, aber definitiv auch schlechter gesehen. Dann haben wir hier eben noch die Atom-Lobby in Frankreich. Äußerst interessant das Thema und auch aktueller denn je, wie schon angesprochen. Es gibt ja eben sehr viele hitzige Diskussionen über die Atomkraftwerke bei uns. Aber auch im Ausland wird das Ganze natürlich thematisiert. Und diese Themen spricht der Film natürlich an, aber mit einem großen, dicken Augenzwinkern. Dann haben wir noch ein paar weitere Filme, die hier sich ähnlich Thematik bedienen wie 12 Monkeys und auch noch Minority Report. Also ein paar Einflüsse auch aus diesen Science-Fiction-Streifen. Und zu guter Letzt gibt uns dann der Regisseur noch ein wenig Ausblick auf Projekte, die er vorhat, noch umzusetzen. Und auch welches Publikum er speziell damit erreichen möchte. Und dann geht es eben hier darum, ist es wieder eine Serie oder haben wir wieder mit einem Kinofilm von ihm zu rechnen. Hier hinten seht ihr das Booklet in Kooperation mit Deadline entstanden hier. Und dann haben wir zum Schluss noch so ein paar atomare Zombies. Ja, da komme ich mal ein Stück weit höher. Ich weiß ja, ihr steht auf Zombies. Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt, haben hier nochmal eine schöne Doppelseite. Das nehme ich raus, dann könnt ihr euch dieses Motiv angucken. Und die Blu-ray nimmt das Motiv hier auch wieder auf. Also, an sich ein sehr schickes Mediabook. Inhaltlich mit dem Text, mit dem Interview von Deadline. Da haben wir ja schon oft darüber gesprochen. Aber okay, was willst du bei so einem Film jetzt großartig noch an tiefen Gedankengängen oder Metaphern erörtern? Die Message ist klar. Was er ansprechen möchte, ist klar. Wir haben hier nochmal den Eiffelturm, wie vorhin im Booklet, angesprochen. Und es ist eigentlich alles klar, was der Film aussagen möchte. Und wie gesagt, das Ganze natürlich auf sehr witzige Weise. Da muss man drauf stehen, auf diesen französischen Humor ist auch nicht jedermanns Geschmackssache. Auch eben Science-Fiction-Trash-Filme absichtlich auf Trash gemacht ist auch nicht jedermanns Geschmackssache. Aber wenn ihr dafür ein bisschen was übrig habt, dann macht ihr mit Visitor from the Future definitiv nichts falsch. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, meine Freunde. Auf bald und Servus.